Du bist schon zurück? Alles okay bei dir? Ja. Ja? Hast du Ärger mit Annabelle? Weil du ihre Beteiligung an der Entführung nachweisen wolltest, oder? Also sie ist unschuldig, zumindest in dieser Hinsicht. Ja. Ich hab dich vermisst. Jede Stunde. Jede Minute, jede Sekunde. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Ben. Sehen wir uns bald? Ähm, ich weiß nicht. Also Elsa... Ich weiß. Aber das Schicksal führt uns immer wieder zusammen. Zumindest hier in Falkenthal. Darauf verlasse ich mich jetzt. Egal wie lange es dauert. Tschüss. Tschüss. Musik. 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 Vielen Dank.